Was für ein grandioser erster Tag des Elite Loppelwochenendes 2021 hier natürlich mit exklusiven Infos auf www.trotto.de und www.hufwoll.de im Rahmen von Jörns Swedish Racing World. Morgen und am Sonntag ist es natürlich dann wieder soweit. Wir werden euch weiterhin versuchen mit exklusiven Informationen hier zu versorgen. Und ich habe zum Abschluss noch ein richtiges Schmanker für euch, denn ihr könnt im kommenden Jahr live beim Elite Loppel 2022 dabei sein. www.trotto.de und www.hufwoll.de verlosen in Kooperation mit Jörns Swedish Racing World zwei Reisen zum Elite Loppelwochen 2022 mit Flug und Übernachtung. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist am Samstag oder am Sonntag auf www.trotto.de eine V75 in Zorvala zu spielen mit einem Mindesteinsatz von 10 Euro. Und schon seid ihr dabei und könnt gewinnen. Schickt einfach dann euren Wettschein bis zum 30.05. abends an www.service.trotto.de und schon habt ihr die Chance im Lostopfen mit dabei zu sein. Und vielleicht seid ihr ja im nächsten Jahr auch hier in Zorvala und erlebt dann den Elite Loppelwochen 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, aber natürlich ein tolles Gewinnspiel mit Flug, Übernachtung zum Elite Loppelwochen 2022 und eine V75 am Samstag und am Sonntag mit einem Einsatz von 10 Euro. Den Wettschein zu uns schicken und schon seid ihr im Lostopfen. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und seid morgen wieder mit dabei bei Jörns Swedish Racing World exklusiv auf www.trotto.de und www.hufwoll.de.